Oh oh, wir sind ein kleiner Regentropfen, der hier tatsächlich durch die Wüste wandert und wir müssen tatsächlich ein paar Punkte sammeln, um hier gegen dieses Monster in der Mitte anzukämpfen und der Sandgraben wird immer kleiner und zum Glück haben wir gewonnen. Okay Leute, dieses Spiel ist nochmal ganz anders wie... Oh, warum hab ich denn die amerikanische Flagge von Amerika hier an meinem Namen? Was ich auf jeden Fall nochmal sagen wollte, dieses Spiel ist ein bisschen ähnlich wie ein Spiel von damals, das ist die Sliver, da spielte man damals einen Wurm und hier spielt man jetzt einen Tropfen, wo man Dinge freischalten muss, um größer zu werden, okay? Ich hab jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen Speed freigeschaltet, um schneller laufen zu können und das bringt uns dementsprechend einen Vorteil, dass wir natürlich schneller wachsen können, okay? Das bedeutet, wir springen jetzt hier einfach mal schön durch die Welt hier durch und wir spielen hier auch gegen andere, die tatsächlich ebenfalls Wasser sammeln, um größer zu werden und wir dürfen nicht vergessen, dass wir tatsächlich... Huch! Okay, oh mein Gott, ich hab da gerade jemanden aufgegessen, bin größer geworden und den da auch nochmal! Ich bin glaube ich sogar die größte Pfütze hier im Dorf! Ui! Okay, oh, ich glaube ich bin sogar der Größte! Nur noch Boba und ich sind unterwegs, sprich also man muss die Sachen sammeln, bevor man dementsprechend vom Sandsturm eingefangen wird und dementsprechend hat man dann also einen größeren Korpus, wenn man also mehr Wasser gesammelt hat. So funktioniert das gesamte Spiel und wir müssen uns irgendwie beweisen. Wir haben immer Geld, was wir bekommen, zum Beispiel haben wir jetzt 1810 und das können wir jetzt zum Beispiel in Blobsize investieren. Das heißt also, wir können dann ein größerer Blob sein von Anfang an oder wir können mehr Speed wieder kaufen oder ein bisschen Magnet, okay? Und ein bisschen mehr Speed. So, damit haben wir jetzt unser Geld wieder ausgegeben und dürften jetzt wieder schneller sein. Und ich glaube, am Anfang des Spieles schneller zu sein, um dementsprechend größer zu werden, das lohnt sich tatsächlich schon. Deswegen schnell weg hier von diesem ganzen Sandgraben und der andere, der sammelt auch schon fleißig. Guck mal, dieser Muffin, der ist gerade AFK, den essen wir auf. Dann den anderen, den roten, essen wir auch mal auf. Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich sehr stark, die Spieler zu essen. Das heißt, guck mal, oh, den essen wir auch noch. Ich glaube, wir sind sogar gerade auf dem Mars, so wie es aussieht. Oh, guck mal, da ist nochmal einer, der ist Level 50. Ponchik heißt der. Oh, Ponchik, guck mal her. Ja, oh, 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 schau mal, ich hab dich aufgegessen. Oh, wir sind sogar bei 200. Oh, da ist ein anderer mit 100. Jetzt sind wir 300 groß. Oh, ich bin schon fast ein See geworden. Wow, nice. Okay, da haben wir tatsächlich den Herald nochmal kurz geholt. Also, nicht übel, muss ich sagen. Sehr lustiges Spiel. So, jetzt bin ich da durchgekommen. Und wir haben für diese Runde alleine schon 2100 bekommen. Jetzt sind wir bei 2300. Würde sogar sagen, ich kaufe wieder Speed, Magnet, Blobsize. Okay, nicht schlecht. So, wir haben jetzt tatsächlich schon siebenmal gewonnen. Das ist jetzt wieder eine andere Karte. Und zwar sind wir hier in einer Art Wüste wieder gelandet. So wie die allererste Karte, aber doch anders mit so Brunnen und sowas. Und da in der Mitte, da sind richtig viele Wassertropfen. Da müssen wir reingehen. Hoch, okay. Oh, der hat überlebt. Der hat einfach überlebt. Und der kämpft sich gerade wieder hoch. Okay. Wir müssen aufpassen. Die anderen spielen genauso gut. Und wir sind gerade noch am größten. Die Elisa haben wir gerade aufgegessen. Nicht schlecht. Da, den Osborn. Der Paul. Oh, der kleine Paul. So, den habe ich gerade geholt. Dann ist nochmal da ein Osborn. Da habe ich den auch nochmal kurz geholt. Da, der Gelbe. Der versucht hier gerade natürlich so weit wie möglich wegzukommen. Aber ich glaube, ich bin zu groß für ihn. Oh, da habe ich... Der letzte, der letzte, der hat nur noch eins. Oh, guck mal, wie der sich versucht nochmal zu rechnen. Da bin ich aber gekommen. Wow. Okay. Da war sogar ein Deutscher dabei. Der Oliveri. Nicht schlecht. Das heißt also, wir haben hier auch ein paar Deutsche mit dabei. So. Jetzt haben wir tatsächlich wieder neue Updates. Und können uns tatsächlich wieder weiter bewegen. Jetzt sind wir in einem Dschungel gelandet. Okay. Und müssen jetzt hier uns ein bisschen besser bewähren. Oh, oh. Oh, nein. Da wurde ich einfach gerade von einem gegessen. Nicht wahr. Und wir haben sogar Korea jetzt als Flagge. Südkorea. Meine Güte. Ich wechsle ja auch immer das Land. Okay. Try again. Wir gehen mal weiter. Gut, gut, gut. Ich darf jetzt diesmal nicht mehr einfach so irgendwo reinfahren. Das heißt, ich muss am Anfang erstmal ganz entspannt mir ein paar Blobs hier raussuchen. Ich darf jetzt nicht gegen den anderen antreten. Wobei, jetzt bin ich gerade doch ein bisschen größer. Ich glaube, ich muss mehr die Magnet-Taktik fahren. Das heißt, desto mehr Magnet ich freistelle... Oh, ja. Oh, ja. Kommt her, ihr Kleinen. Da habe ich... Oh, ich bin jetzt schon bei 200. Ich bin schon ein richtiger See geworden. Okay. Mit Abstand bin ich gerade der Größte. Der andere Größte ist der Chinese, dieser Julia. Das heißt also, den habe ich jetzt auch nochmal. Den Alpha habe ich geholt. Okay, okay, okay. Wir sind am Start. Wir sind am Start. Oh, guck mal da. Victor und Farrell Berry. Die habe ich auch nochmal geholt. Guck mal. Oh, Romeo. Hallo, Romeo. Guck mal. Ui. Oh, Larry und I am. Und da kommt nochmal Julia. Oh, wir haben einfach 700. 767 waren wir gerade. 770 sogar. Nicht schlecht. Okay. Dementsprechend sind wir da sehr gut. Auch entlohnt mit 4.150 Dollar. Und die können wir auf jeden Fall wieder in Magnet investieren. Okay. Magnet und Speed. Speed und Magnet. Das sind unsere Dinger, die wir da gehen. Wir sind wieder in einer Strandoptik hier wieder gelandet. Guck mal. Der eine ist uns einfach direkt von Anfang an einfach so reingelaufen. Den haben wir jetzt auch geholt. Schöne Sache. Schöne Sache. So, jetzt. Oh, guck mal. Da in der Mitte geht es jetzt richtig ab. Wow, 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 wow. Okay. Oh, oh, oh. Da hat uns aber gerade der Lila eine abgeholt. Oh, Leute. Das war gerade gefährlich. Warte mal. Den muss ich jetzt kurz aufessen. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Gerade war ich nicht mehr Erster. Das ist jetzt gerade gefährlich geworden. Guck mal, der Noah. Dieser Noah springt mir einfach weg. Okay, okay, okay. Alles entspannt. Alles entspannt. 159. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Oh, 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 oh. Nee, den darf ich nicht angreifen. Der hat bei 234. Nein, nein, nein. Der greift mich an. Ich muss den grünen essen und den blauen. Okay, jetzt bin ich größer als der Lilane. Jetzt kann ich den Lilan essen. Ah. Aber gerade eben hätte ich den Lilan nicht holen dürfen. Das wäre zu brutal gewesen. So. Die anderen hole ich jetzt auch nochmal. Kurz den Johnny. Und der letzte. Den Ivan. Ciao. Oh, da habe ich jetzt auch mal richtig einen abgeholt. Aber gerade eben war das jetzt wirklich gefährlich. Weil ich hätte da theoretischerweise, hätte ich da wirklich ein kleines Problemchen haben können. Und dann hätte ich verloren. Wir investieren nochmal in Magnet und nochmal in Speed und nochmal in Speed. Okay, Blobsize ist gar nicht so wichtig. Die ändert sich doch sowieso die ganze Zeit. Guck mal, wir fangen auch mit 6 Blobsize an. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Oh, jetzt ist aber der Graue auch schon 6 geworden. Oh, okay, okay, okay. Gut, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Wir gehen jetzt einfach mal hier zu 11, 12. Oh, oh, oh. Okay, ich muss schnell in die Mitte. In der Mitte sind viele Wassertropfen. Oh nein, da der Rote in der Liste ist jetzt schon auf 190. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen ranhalten, Leute. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Was müssen wir jetzt machen? Okay, ich habe die anderen zwei gegessen. Der ist bei 244. Der kann es locker essen. Okay, okay. Wir müssen sammeln. Wir müssen sammeln. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, der hat mich ein bisschen aufgegessen. Oh, ist der, ist der schnell. Oh, ist der groß, ist der groß, ist der groß. Oh, Leute. Oh, Leute. Okay, was mache ich denn jetzt? Der hat mich, oh, oh, jetzt bin ich mal nicht an der Führung. Wenn man nicht an der Führung ist, ist das schon ein bisschen schwierig. Okay, wir haben ein Magnet. Oh, aber die Sandwüste wird immer kleiner, Leute. Okay, ich muss den grünen auf jeden Fall essen. Grün, grün, grün. Komm mal her. So. Okay, jetzt. Oh nein, der ist auf 600. Ich schaff den nicht mehr. Oh nein. Oh nein, der wird immer größer. Leute, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Der isst mich. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin auf 112. Oh, ich muss mich geschlagen geben. Nein, der hat mich einfach aufgegessen, Mann. Oh. Big Mac. Der Italiener hieß einfach Big Mac. Okay, nicht schlecht. Okay, okay, okay. Oh, Try again. So. Okay. Ich muss jetzt schnell in die Mitte. Schnell in die Mitte. So. Schnell in die Mitte. Schnell in die Mitte. Einfach alles mitnehmen, was geht. Und dann einfach schnell der Größte werden. Weil wenn du nicht der Größte bist, dann ist es so schwierig. Okay, okay, okay. So. Wir sind nicht der Größte. Der Größte ist bei 86. Okay, wir gehen mal hier nochmal lang. Oh, da sind viele Tropfen, viele Tropfen. Okay, jetzt brauchen wir mal eins zum Aufessen. Wir sind jetzt Platz 1. Da haben wir einen gegessen. Da haben wir einen gegessen. Da unten sind nochmal zwei. Da ist dieser Noah von vorhin, der so riesig war. Oh, dieser Osborn, den müssen wir essen. Das ist eine Gefahr. Das ist eine große Gefahr. Den haben wir jetzt aufgegessen. So. Dann diesen grünen. Den grünen müssen wir aufessen. So, den haben wir jetzt auch. Okay, okay, okay. Huh, Leute. Okay, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Steve, Steve. So. Oh, oh. Den haben wir jetzt auch, den Steve. Und da der Noah. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Oh, dieses Spiel ist lustig. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Ciao. Ciao.